hallo und willkommen zurück zu wasteland 3 und wir sind hier in aspen und versuchen einen der bockenen eines der bockenen kinder gefangen zu nehmen den verrückten mit seinen breather jungs hier dazu müssen wir jetzt dem lift auf die nächste karte wechseln schauen wir mal benötigt elektrizität na gut die werden wir wohl hier einschalten können das windows und ist einfach super an diese konsole scheint den skilift zu steuern das einfache drücken einer taste wird den lift aktivieren und ihr könnt zur spitze des berges fahren zum gipfel reisen lift aktivieren eine angenehme bergfahrt einmal im jahr finden sich der patriarch und repräsentanten der 100 familien in der hütte der von aspen für ein gipfel treffen zusammen colorados angelegenheiten zu besprechen oder sowas stand mit dem putzen in little hell reden ja und das gab es aber glaube ich in dem dingens nicht in der alpha als das wieder neu okay dann wenn wir den mal retten wenn das geht der an den spieß gekettete man dreht und windet sich spuren halbgefrorener tränen ziehen sich über seine wangen und tropfen in die hungrigen flammen sein rücken fühlt sich warm an und es scheint als könnte ein einzelner funke ihn in eine lodernde fackel verwandeln er sieht euch und fleht euch an noch bevor er etwas sagen können ihn befreien nein ein schauer durchfährt ihn und er klammerten seine arme wer hat dir das angetan sein zustand hält ihn nicht davon ab euch einen ungläubigen blick zuzuwerfen seine wute lässt etwas nach und seine wangen erröten trotz der kälte tränen quellen nur seinen augen lucia hier scheint dich zu kennen ich glaube das ist das erste mal dass hier quasi ein zusätzlicher dialog durch den begleiter getriggert wird also die haben zwar immer mal wieder anmerkungen gemacht aber nichts was man auswählen konnte glaube ich long story mr knox glad we got here in time well your credit to your daddy helping folk like this he must be proud as hell sie nickt mit betont leerem gesichtsausdruck wir sind ziemlich neu in der gegend was macht eine familie in collardo springs wir gehen in die hütte irgendwelche ratschläge er reibt sich mit beiden händen die augen hat er da drin noch andere truppen bist du schon bereit für die heimreise wir wünschen dir viel glück ja bei denen sind wir ja nicht so beliebt beruf hundert familien gehasst ja gepass rufe ein schwer bewaffneter kult der dem gott präsidenten ronald reagan gewidmet ist zwar schon mögen sie für verrückt halten aber da sie in colorado das gesamte öl produzieren und raffinieren müssen alle so tun als wären sie es nicht okay mit denen hatte ich aber noch nichts zu tun okay dann hier haben wir nichts ich laufe noch mal gerade hin um zu gucken ob ich noch mit meiner wahrnehmung irgendwas aufdecke aber wahrscheinlich hätte ich hier in dem radios schon alles gesehen na gut dann öffnen wir die türe ich kann nichts sehen ich meine habe ich den ersten zug Weil da sind auch noch ein paar Ein bisschen Flammenwerfer-Typ hierbei Da ist auch einer Der ist sogar jetzt hierzu Weit weg Naja, weglaufen kann ich nicht Weil dann meine Viecher hier drauf gehen würden Die Distanz ist hier jetzt etwas unglücklich Drei, dann kann er zweimal schießen mit dem Ding Oder der schießt einmal mit der Panzerfaust Wie weit kann ich denn damit schießen? Außerdem noch das hier Wieso trifft er denn den rechten nicht? Achso, da ist kein Okay Ich könnte wahrscheinlich Einen Schritt nach vorne gehen Es kostet 6 AP mit dem Teil zu schießen Wenn ich also hier hinlaufe 4, dann könnten wir einmal schießen Und das war's Damit könnte man auch nicht mehr machen Bei 2 Punkten ließe sich was machen Könnte man noch einmal so schießen Ja, machen wir das Bei 9 Nee, ging auch nicht Bräuchten ja 10 Also könnten wir nur Eventuell könnte der denn diagonal gehen Wie viel ist diagonal? 1 AP Jody könnte auf Seite gehen Wenn das mit dem Buff funktioniert, würde die dadurch ja einen Punkt dazu bekommen Probieren wir das Probieren wir das Und werden wir ja Und werden wir hier erstmal warten So, nehmen wir den So, nehmen wir den Der geht jetzt hier diagonal hin Und dann schießen wir Da hin Ich würde sagen Das hat funktioniert Aber Der ist außer Reichweite Dann Muss der Jetzt hinterhalten Okay Der könnte da rum Snipern Also mit diesem Ding da angreifen Der ist auf jeden Fall viel zu weit weg Aber wir hätten auch einen Angriff Einen Da könnten wir auch Einmal schießen Oder 5 Da könnten wir aber dann Die würden dann auf jeden Fall angreifen Das ist alles nicht so super gut Der kann jetzt von da aus auf jeden Fall gar nicht mehr schießen Ja, damit habe ich dem natürlich hier mit den Weg verbaut Ah, das ist ein bisschen doof Ziehen wir die mal nach da Und probieren das mal Wenn der explodiert, dann ist sowieso gut 33% Ja, leider nicht Haben wir noch einen, der so schießen kann Die halt Aber Und dann hätten wir noch Ja Ja Gehen wir da hin Sauber Und ein Waff bekommen 20% mehr schaden Jetzt hat die aber Jetzt kann die diesen Waff auch gar nicht mehr machen Das war natürlich ein bisschen verplant Aber Schon okay Wie machen wir Gehen wir jetzt den am besten an Da haben wir eine verhältnismäßig gute Chance Wenn wir So, die muss sowieso hier schießen Dann probieren wir das Das hat so nicht funktioniert Ja Komm Er kann sowieso nur einmal schießen Ich werde den hier dann nehmen Der ist noch voll Aber damit haben wir halt jetzt eine 100% Trefferchance Quasi Und dann ist der auch weg Und dann haben wir nur noch Die Reste von dem Ach, wir könnten einmal schießen Falls das in Reichweite ist Ich hoffe es Aber Also es wird da angezeigt Aber Das heißt da leider nicht so wahnsinnig viel Ja Probieren wir das Oder aber Ich könnte die Waffe nehmen 161 bis 199 Ah Der würde Das ist ein Drogentank 174 bis 200 Irgendwas Das reicht auf jeden Fall nicht Aber mit dem Die Strömung des Todes Wird er wahrscheinlich auch nicht reichen Und die Waffe macht Insgesamt halt weniger Aua Vielleicht kriegt er ja einen extra Zug Aber Und vielleicht explodiert das Ah ja Glück gehabt Oh und genau Oh und extra Zug bekommen Ist ja schön Okay Perfekt Na die anderen werden da jetzt sowieso rankommen Dann gehen wir mal Ein bisschen weiter noch Und Mit einem Punkt Nimm die mal mit Die bleibt da stehen Und die geht da hin Und Anwarten Okay Konnte noch Meine Viecher haben nichts getan Konnte Hat keiner von denen Angegriffen Angegriffen Fangen wir mal bei dem an Der ist am weitesten weg Und dann haben wir Diesen Ding Dieses Teil vollgeladen Und mit dem Grabe ich den an Sehr schön Das war aber nicht der Flammentank Sondern ein normaler Crit Der ist außer Reichweite Okay Wer ist hier am Scotchmo ist am Mit am unflexibelsten Mit der Waffe Oder die hier Die könnte ja auch noch Diese Fähigkeit benutzen Er scheint hier nichts zu sein Ich geh mal da rüber Kein Punkt war für verbraucht Der hält schon ein bisschen mehr aus Ja jetzt hat die das Aber Ich bin so eine Sache Ähm Ich mach erstmal die anderen Das sind 5 Das ist eigentlich zu viel 45% Mit dem könnte ich halt Den hier angreifen Machen wir das Schön So 7 Okay Wir können auf jeden Fall Nur den angreifen Dann probiere ich das aus Gut Dann bleibt ja nur noch Der linke Na ja Ja Die haben keinen einzigen Schuss abgefeuert Das hat doch Gut funktioniert So Dann verlooten Panzerrüstung Panzerrüstung Neu Da muss ich jetzt mal gucken Ähm Braucht 6 Stärke Der hat halt die meiste Stärke Dann machen wir das mal so Und dann muss ich mal gucken Ob Ähm Moment das hier Benötigt 7 Stärke Hat er nicht Panzerrüstung 9 Da muss ich mal gucken Ob das hier jetzt Wer anders Noch verwenden kann Der hat aber ja auch so eine Panzerrüstung Das macht also da Keinen Sinn Braucht auch 7 Stärke Benötigt 7 Stärke Da muss ich mal gucken Da muss ich mal gucken Der hat auch so ein Das Crit Ding 7 6 6 Okay dann nimmt ihr das mit Ja Ja Und das mit der Rüstung Das Lass mal Wir haben wohl so Äh Das hier ist halt noch eine Billigrüstung Aber Das ist dann halt so Ähm Da haben wir was Niemand ist mit dieser Kettensäge durchgedreht Es gibt so viel Blut und so viele Körperteile Dass es schwer zu sagen ist Welche Gliedmaßen zu welchem Körper gehören Das ist dann knappen Unmöglich Guten Tag Riley Oh mein Gott Riley Jodie Bell Und du brachst den Cowboy mit dir Hot damn Ich stand und schake deine Hände Aber Around 2 Tage ago Ich vermisste den Telefon Weil ich in der Kette Und wenn ich zurückgekommen Dann rief ich meine Feet Auf den Boden Na Das Aber unangenehm Bleib Stand Wie schlimm ist das Hard to say I think they miss the bones But every time I check It's not the worst part They were laughing when they did it Let kids play in a game Get me out of this Rangers Get these goddamn nails out of me Erste Hilfe Wir haben etwas medizinische Ausbildung Wir flicken dich wieder zusammen Er lehnt sich etwas vom Tisch zurück Um dir Platz zum Arbeiten zu geben Du betäubst die Wunden Entfernst die Nägel Verabreichst ihm eine Spritze Antibiotika Und bandagierst seine geschwollenen Blutigen Füße Schlimmer als Nägel in den Füßen Ja As bad as that was I'm alive I'll probably heal Vic's games Leave people dead I heard Ash Swin at Vic's inner circle Saying he had the key to the Patriarch's wing He's in some kind of security control room Not far down the hall More importantly Vic has hostages Killed most of them But two from my team would be in torture And so were three from the hundred families I don't know their exact locations But I strongly suggest you try to find those five hostages Before taking on Vic himself Okay Was weißt du über die Geiseln aus den hundert Familien? He's a male Part of the Ward family And two sisters Part of the Reed family Can't really say much more Even before the nails They kept me locked down Du hast erwähnt Dass der Rest Deines Ranger Teams Auch festgehalten wird Wo sind sie? Overall Not sure I know they took the Zepi to a science lab Oh They ever working With someone named The Gift Sounds like That big brain of hers is keeping her safe Okay Vic, das ist vermutlich dann der letzte Charakter, den man in die Gruppe bekommen kann, nehme ich an Ich habe mal, also ich habe mir das jetzt so nicht angesehen, aber ich habe bei den Karten, also es gibt ja diese Steam Trading Cards Und das sind, glaube ich, die ganzen Begleiter Und Pizepi kenne ich auch noch aus dem, aus Wasteland 2, da hatte man die halt auch in so einem Forschungslabor gefunden, glaube ich Und ich vermute mal, dass man die dann noch dazu bekommen wird Ähm, ja Erzähl uns mehr über Vic, Leute Naja, bisher ging's so Erzähl uns mehr über dich, äh, Corporal Ja, oder auch nicht Der Bruder hat dich dazu gebracht Was? Nein Er sagte mir nicht, zu gehen Aber ich musste, du weißt, ich habe mich selbst Was ein Idiot, huh? Ich habe viel Zeit hinter der Radio gebeten Orte Ich habe nie gesehen, was der Welt aussieht, außer meinem Bruder's Schatten Ich muss sagen, ich habe die Tage jetzt gefehlt, dass ich mich überrascht habe, um mich zu verlieren, in einem Kampf Dann wurden dir die Füße an den Boden genagelt und du hast es trotzdem geschafft, nach Hilfe zu rufen Ja, und es fühlt sich gut Ähm, wir kommen wieder, ruhe dich aus Da kommt er wieder angefahren Und noch eine Arzneikiste So, dann Können wir das hier aber nicht öffnen Ich weiß nicht, ob hier irgendwas versteckt sein soll Aber dann müsste man Müsste es ja normalerweise auch schon angezeigt werden Großer Behälter Also ich sehe ja jetzt sonst nichts Nicht, dass die hier so ein irgendein Goodie, ein Easter Egg eingebaut haben Dass man irgendwo eine Lampe klicken muss oder so, um das aufzubekommen Oder Ja, genau Wie bei meiner Basis Einfach mal draufklicken, um dann einen Dialog zu starten Aber, ne Da ist nichts Okay, dann werden wir wohl Da noch später dran kommen, dass wir die Tür irgendwie anders öffnen Auf der Tafel steht Willkommen im Arsch pennen Als ihr euch der soliden Sicherheitstür nähert, werdet ihr von einer unbekannten Stimme begrüßt Uh, hey y'all I can hear you outside the door Hello My name's Ash I guess I shouldn't tell you that Anyway Vic says you can't come in here Warum nicht? Well, this is where all the security systems are Uh, I guess I shouldn't have told you that either But what the heck When I said you can't come in I meant that I got a kill switch in here Yeah, if you barge in I gotta kill all the hostages I'm, um, sorry about that But that's what Vic told me to do Mh, du musst das nicht tun Yeah, I know But you know how like You end up stuck in a bad situation And the only way out is to keep doing the stuff you don't wanna This is one of those things Okay See you Uh, but Uh, but Uh, oh There it is Dann Werden wir uns erstmal Anderweitig umsehen Oh Wer hat dich hattet? Daddy? Oder Libby? Du kannst mir sagen Nicht schade Fancy folks in that picture Uh, huh Okay, das war der einzige Portrait Missionskritisch Bild von der Gabe Ein Bild zeigt einer Mutter Eine Mutter in einem gelben Kleid mit ihren drei Töchtern Ihr habt ein Bild gefunden Auf dem eine Frau mittleren Alters mit drei Jungen Das ist wahrscheinlich nicht so gut Hm Ja, super Dann lade ich halt nochmal Und zülte die erstmal Weiß ich nämlich jetzt nicht Was das Äh Für Konsequenzen hätte Wenn das da so abgebrochen ist Ob ich da noch was hätte anklicken können Oder so Okay Na komm Dann bringen wir den halt direkt um So Oh, der nächste Okay Mal gucken, ob da noch einer ist Ja Und noch einer Ja Ja Das scheinen sie gewesen zu sein. Dann gucken wir nochmal. Ihr habt ein Bild gefunden, auf dem eine Frau mittleren Alters mit drei jungen Mädchen abgebildet ist. Vielleicht ihre Töchter. Das Bild sieht nicht alt genug aus, um aus der Vorkriegszeit zu stammen, aber es ist von einer Staubschicht bedeckt, so als hätte es seit Jahren niemand angeschaut. Die Frauen sehen alle gesund und zufrieden aus, sie müssen recht wohlhabend gewesen sein. Aspen wird angegriffen. Das Etikett dieser ramponierten alten Kassette hat sich abgelöst. An seiner Stelle befinden sich eine Reihe blutiger Daumenabdrücke, die in einer geraden Linie angeordnet sind. Ein bisschen sehr leise. Alle beruhigen sich jetzt. Diese kindische Hysterie ist unter eurer Würde. Ihr seid gottverdammt Mitglieder der 100 Familien. Die sind Banditenabschrauben, nicht mehr und nicht weniger. Ich weiß nicht, wie die es hier hochgeschafft haben, aber auf keinen Fall schaffen sie es rein. Wir werden von den besten Wachen geschützt, die es für Geld gibt. Explosion? Keine Sorge, das war einer von uns. Banditen tragen keine Raketenwerfer. Lautere Explosionen. Keine Panik. Die Wachen müssen den Strom abgestellt haben als Sicherheitsmaßnahme. Alles wird gut, Ohrenbetäubernde Explosion. Der lebt noch. Oder die. Oh, Sturmgewehr. Aber nur Stufe 5. Der blutbesudelte junge Mann scheint angestochen worden zu sein. Er sieht zu euch auf und hat eine freudige Erkenntnis. Rühr dich, Junge. Was ist hier passiert? Du hast von uns gehört? Ja, natürlich. Und Hüssel. Er ist Hilfe 7, das sollte mit deinen Verletzungen helfen. Er zuckt hin und wieder, während er interessiert beobachtet, wie ihr seine Wunden säubert und versorgt. Ja, er hält sich den Bauch. Na, arbeitest du hier? Wir wollen den Schlüssel, den du verschluckt hast. Gibt es einen anderen Weg in die Schatzkammer? Nein. Die Tür hat nur einen Schlüssel und ich habe ihn. Und wenn jemand es will, müssen sie es von mir ausbrechen. Mhm. Angreifen. Wir holen uns den Schlüssel. Warte vorerst hier. Bezieht das Gesicht. Das ist natürlich auch eine Option. Notiz für Leveln. Leveln. Eine hastig gekritzelte Notiz an jemanden namens Leveln. Die Handschrift zu urteilen scheint es, als wäre der Verfasser ziemlich wütend gewesen. Leveln. Dieser Ort ist ein Drecksloch. Ich will, dass du deine Station und das Innere des Tresors aufräumst, bevor der Patriarch nächste Woche das nächste Mal zu Besuch kommt. Mach außerdem eine Bestandsaufnahme aller Waffen und Panzerungen darin, damit wir die Zahlen parat haben, falls erfragt. Und wenn du schon dabei bist, kannst du seinen goldenen Hammer auch direkt polieren. Sollte er einen Blick darauf werfen, soll er sehen, dass das Teil glänzt wie ein sonniger Tag. So eine Scheiße. Okay. Okay. Qualma. Der ist aber wahrscheinlich zu weit. Hm. Nochmal geht nicht. Ja, da werde ich nochmal laden und den Kampf gescheit eröffnen. Das ist halt, dass man halt nicht durch offene Türen schauen kann, ist schon arg dämlich, sage ich mal. Okay. 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 Den kann ich da drin sehen, weil ich den durch die Wand gesehen habe. Ist klar, aber durch die Tür kann ich nicht gucken. Aber er kann mich sehen. Das ist schon ziemlich scheiße. Ja. Ich muss mal ganz kurz einen Schnitt machen. Und da sind wir wieder. so, auf ein neues dann äh werde ich mal die jetzt etwas weiter hinten hinstellen die werde ich trotzdem einen Tick weiter vorne hinsetzen ich weiß aber auch nicht, ob der da von links nach rechts hin und her läuft oder so oder ob der da einfach still bleibt aber wenn er hin und her läuft, dann ok jetzt müsste ich aber ja trotzdem der kann am besten schleichen mit einem muss ich ja nach vorne laufen ok dann wo ist die Reichweite die Reichweite von der ist wirklich da könnten wir hin oder wir lassen den Scotchmo ein bisschen laufen da haben wir auf jeden Fall einen Flammenhorschi wieso hat der einen einen grünen kaputten Schild naja wie dem auch sei ok ok da kann das funktioniert auch nicht gut gut da reinschießen könnten wir sowieso nicht ich laufe da jetzt einfach hier hin Drogentank ja probieren wir oh hat auf jeden Fall schön gesessen ähm ja tief rein können wir da sowieso nicht er kann auch so schießen ok gehen wir ein Stück nach vorne und machen Hinterhalt da können wir nicht hin wenn natürlich der Flammenwerfertyp ja in meine Gruppe schießt habe ich ein Problem aber ok der könnte den anschießen na gut der könnte auch noch was tun wir haben erstmal den hier noch wurde da jetzt nicht gezeigt dass der Schie den treffen kann ah aus der Reichweite was soll denn das dann machen wir mal noch na das bringt eigentlich jetzt auch nichts mehr dann machen wir hier halt noch ein Interrupt draus auch wenn das nicht ne das macht keinen Sinn wir machen hier und dann halten wir uns die Punkte offen und hier machen wir ein Interrupt ah ok auf jeden hätten hätte der hätte der vielleicht schießen können hmmm hmmm Was zur Hölle macht der Kloon da? Okay, da muss ich wahrscheinlich wieder auf den Papagei gucken, dass der nicht stirbt. 10, okay, jeder verliert also die Hälfte der Hitpoints. Das ist der Flammenwerfertyp, dann werden wir erstmal den Flammendunk kaputt machen. Okay, let's in. Let's in. Ist jetzt ein bisschen dünn. Hat jemand schon... Ah, der hat 42%. Okay, also den muss ich wegbewegen in die Suppe rein. Die kann den umpusten, wenn... Ah, die könnte da schon... Das ist noch kein Unterschied, okay? Ah, super. Aha, jetzt hat er nur noch 3. Aber dann können wir den jetzt hier versuchen. Ja. 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 Ach, ich kann nochmal? Äh. Na gut, angegriffen werden die sowieso. Also, das können wir dann auch so reinschicken. Ja. Äh. Okay, mehr kann ich da hier nicht machen. Ja, 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 ja. Ich war schon vergiftet. Das macht also jetzt auch keinen Unterschied mehr. Halt dann ein bisschen länger vielleicht. Das müsste wahrscheinlich sogar der Papagei dann überleben, wenn das halt fix diese 5% sind. Ja. Ja. Der einzige, der wirklich knapp dran ist, ist der. Ja. Ja. Ja, das sollte eigentlich dann passen. Magst du denn? Ja. Schlüssel für Gäste-Suit 1 und Gäste-Suit 2. Auf diesem alten, abgenutzten Schlüssel ist das Wort Gäste-Suit 2 eingraviert. Ja. Ja. Sweet. Noch 38 Sekunden, ja, okay. Okay. Und das geht irgendwo nach hinten. Aha. Okay. Die Suppe ist weg. Jetzt gucke ich noch, ob alle da sind. Ja, das passt. Dann heilen wir das Ganze mal. Ähm, jawohl. Ja, der braucht nix. Mhm. Ja, geschafft. Ähm, aha. Fuchsige Francesca. So grimmig die Francesca ward. Nach ihrer Laune wurde gefragt. Doch sie nahm ihre Faust so hart und rammte sie in seinen Bart. Verleiht allen Truppmitgliedern einen Bonus. Nahkampfschaden bis 5%. Na gut. Rook. Wasserreichweite. Jetzt. Weil der dumme Klon davor steht. Dieser Mann wurde übel zugerichtet. Aus dem Dreibein und dem Haken in der Nähe könnt ihr schließen, dass sie ihn als menschlichen Boxsack benutzt haben. Er sollte medizinisch versorgt werden, bevor er bewegt wird, um weitere Verletzungen zu vermeiden. Er ist Hilfe leistet. Er geschickt seine Wunden und so. Ja, ja. Ihr versorgt geschickt seine Wunden. Kurz nachdem ihr ihn stabilisiert habt, macht er einen tiefen, kratzigen Atemzug und bemerkt euch erstmals. Hm. War das ein Lachen? Er späht durch seine geschwollenen Augen, erkennt eure Ranger-Uniformen und kichert. Tatsächlich. Ein Hustanfall unterbricht sein Lachen. Oh Mann, Rook. Du siehst wie Scheiße. Huh? Das ist Hugh Bell? Gut zu sehen. Wo hast du denn? Du kommst in Ordnung? wo ist victory buchanan buchanan seine wunden überprüfen geh zur lobby wenn du so weit bist dann schauen wir uns den raum noch an äh wir werden es mit einfach die tonne da drauf schieben das klingt vielleicht verrückt aber ihr beide müsst losrennen durch gleichzeitig in sicherheit bringen jetzt sofort denkt nicht darüber nach eine von uns euch muss losrennen sonst stirbt ihr beide es gibt keinen anderen weg können wir gewicht nicht einfach mit schweren objekten austauschen wie lange steht ihr schon hier wir sehen uns mal um und schauen wie wir euch helfen können wie lange steht ihr schon hier sie sieht ihre jüngere schwester hoffnungsvoll an priscilla schluckt schwer können wir euer gewicht nicht einfach mit schweren objekten austauschen wir sehen uns um und schauen wie wir euch helfen können eventuell habe ich da aber nicht hier dieses nerd gedöhnt und dann dann muss ich halt in ein paar monaten wieder kommen naja ich werde hier jetzt aber erstmal den schnitt machen und dann werden wir uns das hier beim nächsten mal anschauen da ist ja noch einiges zu tun und dann mal uns weiter zu dem wick vorkämpfen dann sage ich erstmal ciao und bis zum nächsten mal